Jo, willkommen zurück zu Boltgern. Endlich mal Kapitel 3, Mission 4. Alles richtig? Ja, genau. Okay, wir sind jetzt endlich beim großen Aufzug angekommen. Dem großen Aufzug in der großen weiten Welt. Und wir haben es scheinbar aus dem Inneren der Crown geschafft und ich weiß immer noch nicht genau, was das eigentlich ist, aber das ist egal. Jo, haben wir wieder die Ohren aus dem Schädel. Alter. Boah, Ton, please. Geh in den großen Aufzug, finde die Steuerung und fahr hinauf. Nimm dich in Acht, denn es scheint, dass die Erätiker schon unterwegs sind. Ja, sind sie erst seit 18, 19 Folgen, also kein Thema. So, nicht genämmlich der Betriebnahme des großen Aufzugswirts mit Exkommunizierung bestraft. Ausnahmeantrag eingegangen. Cool, endlich. Endlich mal ein bisschen Bürokratie hier in dem Spiel. Wer wehrt sich hier gegen die Bürokratie? Du. Du da oben. Ciao. Niemand erwehrt sich der Bürokratie. Die Bürokratie des Imperiums, äh, nein. Ich hab keine Granate. Shit. Nein, nein, nicht. Okay. Du brauchst keine mehr. Oh, da flog gerade ein bisschen mehr als eine Granate. Oh, guck mal hier. Freundschaft. Jo, wie er sich Mühe gibt. Oh, leichte Höhe. Ah, ha, 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 ha. Nice. Weiter for the win. Mehr brauch ich hier nicht. Mehr brauch ich nicht. Ja, muss man nicht so zu lachen. Boom. Ja, drei Schuss. Schwerarbeiter. Ciao. Bleib tot, bleib tot, bleib tot. Bleib doch tot! So. Achso. Schwere Bolter? Ja, ne? Ja, komm. Ciao. Lass das ruhig mal den schweren Bolter regeln. Vergelterwerfer. Ja, hab ich den? Stimmt, die Grafkanone hab ich auch noch. Hm, wieder alles vergessen. Zwei Tage nicht gespielt, alles wird wieder vergessen. Goldfisch-Gedächtnis for the win. Okay, die haben eine ganze Menge Munition hier gebunkert. Sollen die ruhig. Da hab ich mir eh alles. Okay. Da hab ich mir doch mal ein kleines bisschen Verachtung mit. Und ein bisschen Leben. Und da ist die Box der Pandora endlich. Die haben die hier also verstippt. Wow. Hat ihnen auch nichts mehr gebracht. Okay, mhm. Das Seuchenfass. Er ruht sich wieder aus. Ich hab noch nicht den Ver... Okay. Ich hätte schwören können, dass ich den irgendwo mal wieder aufgerüstet... Aufgesagten, ja. Wenn du zwei Sätze zusammenschmirgeln willst. Neuer medische Verräter, ja, danke. Ah, gut, dass Captain Obvious dabei ist. Was würde ich denn ohne Captain Obvious machen? Captain Obvious. Hüter des Geheimwissens. Naja, so geheim ist es dann ja auch nicht. Wo kann ich denn... Ich hab jetzt gerade am Pult gesehen. Da. Mal wieder zu... Hä? Das, das war definitiv wieder zu obvious. Ja, und jetzt? Achso. Wow. Beträgt der große Aufzug. Er suche sichere Durchsreise. Bete zu Maschinengeistern. Ja. Ich wusste drei. Ist mein Formular jetzt eigentlich durchgegangen? Aber muss ich da erstmal das Administro rum anrufen? Nee, die ewige Warteschleife. Die ewige Warteschleife des Geheims. Der nächste freie Psyoniker wird sich gleich irre an. Au. Ah, wenn das Mexikanisch doch wieder zu stark war. Ah, mhm. Ich... Ja, cool. Wo muss ich denn hier hin? Hallo? 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 Ja, cool. Hier passiert einfach gar nichts. Da läuft der einsame, verirrte Wanderer. Boom. Schade. Okay, ist also verdächtig ruhig. Heute hängt doch wieder irgendwas aus hier. Sonnen, sie sich in ihrem... Ja, medizinischen Artefakte. Ich glaube da weniger dran. Okay. Hier brauche ich Key Purple. Auch das ist sehr viel offensichtlicher, als man denkt. Ja, cool. Ich dachte eigentlich, dass hier jetzt so eine Arena losgeht. Aber, ähm... Tja, dann halt nicht. Hallo? 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 Hä? Ja, okay. Wofür gibt's hier schon eine Leiter, wenn man die nicht braucht? Ähm. Tja. Dann ist hier heute wieder Feiertag angesagt. Was gibt's denn hier? So, da kann ich nicht rein. Da kann ich auch nicht rein. Ähm. Okay. Scheinbar müsste man da von der anderen Seite. Passt da? Stimmt das? Die ewigen Rätsel. Ne. Wo sind denn hier die... Key Terminals? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in dem Spiel unterwegs seid? Und ihr wisst nicht gerade, ob, ähm... Ne? Ob das Spiel irgendwie gerade abgeschmiert ist. Oder ob es ein Bug ist. Ob es einfach so nicht weitergeht. Aber irgendwas passiert hier. Nicht. Ich müsste eigentlich so voll der fette... Achso. Guck mal. Ich müsste einfach so voll der fette Fight abgehen. Hier ist Key Red. Nice. Ah. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Ja, die schießen sich mal wieder gegenseitig. Wo waren wir da dann? Wer schießt hier wieder auf mich? Oh. Ja. Lauf doch. Was machen wir schnell mit dem Terminator an die Armee? Boah, der war nice. Nicht für ihn, aber der war nice. Nicht der schon wieder. Leichte Höhe. Easy. Okay, was macht er? Was macht er? Au. Ja, la... Ja, la... Ja, ist okay. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Der... Nein. Achso. Okay. Keine Sorge, er weiß, was er tut. Hä? Ja, aber hinten kommt doch wieder ein Geschissen. Ich bin... Ah, das ist wieder... Als ob er mir da einkommen kann. Läuterung vollendet. Das stimmt doch gar nicht. Die sind doch immer noch da. Ich seh doch hier noch Leute. Warte mal eben. Guck mal. Ich mach dir... Läuterung. Durchsuche Stockwerk, um ihn zu erlangen. Bip, bip, bip. Bip. Ich stell mich jetzt erstmal hier ganz genüsslich nach oben. Ja, wieder ein paar Meter runter, ne? Nice. So, und hier trinke ich jetzt erstmal meinen Kaffee. Warte, warte. Ah, viel schlechter. Okay. Warum sollte ich mich da festhalten? Tja. Wo ist denn hier unser ambitionierter Mitarbeiter? Kann ich eigentlich... Ah, scheiß drauf. Ja. Die Super-Titanen-Stiefel. Kaufen Sie Titanen-Stiefel. Ach, die sind jetzt alle weg oder was? Hä? Okay. Keine Ahnung. Ich sollte einfach aufhören, Fragen zu stellen im Leben. Das macht vieles einfacher. Tja. Wo ist der Schlüssel? Schlüssel. Ich... Tja. Halt den Sieg nur mit Schlüsseln. Oh, da könnte ich... Da könnte ich doch... Näh. Okay. Irgendwas gerade gesagt, von wegen. Ja, okay. Scheinbar, scheinbar stimmt das. Ja, einfach kann ich zweifeln. Einfach, einfach tun. Einfach machen. Okay, was könnte ich denn hier... Laufst du jetzt noch auf Einzug und sagst so, morgen werde ich in die Rente geschickt. Ja, und du schickst ihn halt richtig in die Rente. Wo ist denn... Ja, 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 ja. Wo ist denn hier der Schlüssel, Mensch? Warte, aber wir werden wieder an der Reste. Er ist die Schickröte. Warte, 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 warte. Ne. Das kann halt nicht mehr. Warte, warte, warte. Wie, der ist nicht down. Nice Du Drecksvieh Du scheiß Drecksvieh Ciao Ja, ja Okay, das habe ich alles nochmal wieder mit Weil Ich komme sicherlich nicht nochmal hier Hin zurück Boah, überall warten Überall warten die Stirb Ja, ja Du Schwerer Wolter Nice Ah, easy Da habe ich nochmal ein Weltrekord im Weitsprung mitgenommen Leute, hört ihr Rett? Ja, schrei mich nicht an Für die reicht die billig Ist auch kein Kompliment Wenn ich mir gerade, naja, genau, reden und so, ähm Wenn ich mir das gerade überlege Treppen auf dem Treppen im Fahrstuhl Ist doch eigentlich noch das Schlimmste, was man Was man sich ausdenken kann, oder? Ich meine, wofür gibt es Fahrstühle? Müsste ja der Nein Da müsste ja eigentlich der Fahrstuhl noch selbst Fahrstühle haben Ey Geht er hoch? Geht er, ja Kann er nicht, weil er nicht dort ist Ähm Lauf Wo ist der Dude? Da läuft er schon irgendwie von der Tarantel wieder gestochen Kann man von einer Tarantel überhaupt gestochen werden? Ich glaube nicht Aus den Australien, da ist alles möglich Hatte ich da einfach keinen Nerv mehr zu Nein Und schon wieder einer von denen Boah Ah, viel besser Boah Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Portikalsschlüssel, bla 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 Ja, genau Durchsuche neue Stockwerk Okay Dann durchsuche ich mal Das wird das falsche gewesen sein? Ne, stimmt gar nicht Moin Moin Oh Ah, der Pixel-Look lässt da sehr, sehr viel Freiraum für Phantasie Ah Jetzt kommt so ein billiger Arena Abklatsche hier, ne? Ja komm Scheiß drauf Ja Ich kann nicht auf die leichte Höhe zurückgreifen Yo Dinge die mir gar nicht gefallen, ja, tschau Tschau Geh weg Bleib da Ja, genau Der hat Bock, der hat Bock Heiß Wo ist er hin? Komm der ist so fett Ja, genau Stell dich in die Ecke Ich denke mal deine Schandtaten ab Fuck Ah, für nur unter allen Bullen Ja, genau Mit so einer Esslichkeit Pass auf, es geht ja weiter Ah, komm Ich werde mir nicht die Koffe nehmen Und ich dann Ja, da ist er wieder Boah 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 Leben 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 Es gibt ja keine Leben Ja, okay doch Erst meckern Dann Einsichten teilen Boah Der hat mir jetzt einfach mal alles abgezogen Alles Von der ganze Würde der hat mit Nein Wie wir ja auch noch so ultra viel Zeit haben Einen zu Einen zu snacken, ne Sag doch mal eben Ey, ich dachte, die Gäber hab ich schon Ja, es gibt ja wieder Leben Jetzt hab ich diesen Vergelterwerfer nicht Au Achso, ja, das ist der nächste, ja, genau Ja, hm Boah Ich seh den vor lauter Bolterschissen einfach nicht Den aber Kieselstein, ja Ich hab's gewusst Da muss ich jetzt einen mit dem Bolter töten, sorry Oder? Oder? Ja, okay, doch nicht Yo, das war nice Das war doch mal ein richtig nicer Kampf Der meiner würdig ist So, da hab ich jetzt nochmal einen gelben Schlüssel Achso, nee, war auch richtig, ne? Genau, der erste war rot Der zweite war lila Der dritte Das ist dann der gelbe So, weiter ob wir erstmal wieder Okay Hier könnte irgendwo der Ach, nicht der Raketenwerfer, der Granatwerfer rumliegen Schauen, ob ich den nochmal eben finde Rumpel, rumpel, rumpel Ich frag mich eigentlich, wer so'n Aufzug baut So, im Sinne von Yo Da müssen mal eben 8000 Leute mitfahren Und wir bauen unsere App mit ein Und es fehlt die Kathedrale Mhm Da wollte ich aber gar nicht hin Ich wollte da hin Ach, ich weiß doch gerade schon Trottel Ah Da Da schon mal den Melter Sehr schön Und da gibt's mit Sicherheit auch noch irgendwas Tolles Nämlich ein Power-Up Das ist sehr nett Weil ich immer noch nicht weiß, wo ich den Granatwerfer verpasst habe Okay, und ich wäre bald, hat hier irgendwas Grünes bekommen Oh nein, ich weiß immer noch nicht genau, was das heißt Kann sicher halt Schaden sein oder so Das übliche Ah, da Sorry Noch, nö Tschüss Jo Okay, jetzt wollen sie's wissen Der auch Okay Nicht gut Immer diese Statisten Tschau Ich glaub, solang der Ja, solang Captain hässlich da anwesend ist Spawn unendlich viele Von den kleinen Scheiß-Drecks-Fichern Boah, wer, was? Da kommt immer so kleiner, subtiler Schaden Und ich weiß nicht, woher Ihm Schau mir die an Nicht gut, nicht gut, nicht gut Leben, Leben, Leben Das sind keine Leben Ich will echt nicht meckern, aber Ich glaub, ich steig gleich Dem geht's auch nicht mehr Aha So, Kollege Lass mich raten Der Aufzug Hört erst auf Zu fahren Wenn ich den gekillt habe Das heißt, wir werden Bis auf den Olympus-Monshof fahren Insofern, bis sich das Universum Mal gedreht hat Voll daneben Oh, Drecksack Oh, oh Nein Hauen sie ab Sie haben hier gar nichts verloren Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist Tiki? Ah, Gott Easy Ja, okay Wird schon passen Ich mein, so viele Leben hat der dann ja So viele Leben hat der dann ja auch nicht mehr Also Ich kann einfach nichts Normalerweise beim Tabletop ist es so Wenn du davon einen aufstellst Dann ist es einfach vorbei Weil einfach Widerstand 5 Milliarden hat Ah, endlich So, bin ich jetzt endlich da? Finales Reisesieg Ausstieg via Eingangsluftschleuse Ja, denke ich auch Tschüss Der wohlt auch mit Ich hab gesagt, nein Irgendwann muss man nochmal Loslassen können Jo, und wir lassen los Zur Mission Komische Formulierung Passt auf mich trotzdem 50 Millionen Oh, 88 für seine Kids Ist jetzt nicht so Die Welt Jo Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Äh Ich lasse das unkommentiert Jo Bis Denne Hammer иться Was Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020